Herzlich willkommen, ich begrüße euch zu unserem vierten Teil und ich kann schon mal sagen, heute wird es ein sehr spannendes Studium. Wir werden hauptsächlich die Erstlingsfrüchte studieren, aber letztendlich werden wir uns den großen Kampf angucken und sehen, dass der Erlösungsplan eigentlich viel mehr umfasst, als die bloße Errettung von uns Menschen von den Sünden ist. Es ist viel weiter gefasst und wir werden sehen, dass sogar die ungefallenen Welten und die treuen Engel zu Gott auch teilhaben an den Früchten der Erlösung. Und wir wollen herausfinden, was für eine Rolle die 144.000 bei diesem ganzen großen Kampf spielen. Und da werden wir auch so Fragen behandeln, warum kam Christus eigentlich erst nach 4000 Jahren Sünde auf die Erde? Ich weiß nicht, ob sich da schon mal jemand gefragt hat, warum das jetzt 4000 Jahre so lange gedauert hat, bis Christus kam, um überhaupt den Preis der Erlösung zu zahlen. Oder so Aussagen wie im großen Kampf über die 144.000 zur Zeit der Trübsal, wo es heißt, dass das Irdische an ihnen vernichtet werden muss. Im Englischen schreibt sie, Earthliness has to be consumed, ja dieses Irdische. Was bedeutet das eigentlich? Und wir werden sehen, dass all diese Dinge miteinander zusammenhängen. Und da werden wir uns vor allem das Symbol der Erstlingsfrucht angucken, das auch auf die 144.000 zutrifft. Und bevor es losgeht, lade ich euch ein, dass wir nochmal den Geist Gottes einladen, dass er uns führt. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für die Möglichkeit, dass wir wieder zusammenkommen können, um dein Wort zu studieren, um ja auch dein prophetisches Wort besser zu verstehen. Die Dinge, die du uns offenbart hast, gerade jetzt am Ende der Zeit. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, dass wir die Dinge so verstehen, wie du es möchtest. Sei du unser Lehrer, Herr, und reinige uns von allen falschen Vorstellungen und hilf, dass jetzt ja nur reine Worte der Wahrheit von deinem Thron kommen. Hilf mir auch, die richtigen Worte zu sprechen und dass nur die Wahrheit in die Herzen der Zuhörer kommen. Wir danken dir, Herr, dass wir dich haben, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns jetzt durch dieses Studium führst. Das danken und bitten wir in Jesu Namen. Amen. Okay, also bevor wir jetzt direkt in das Thema einsteigen, machen wir noch mal eine kurze Zusammenfassung, dass wir alle auf demselben Stand sind, darüber, was wir bereits gemacht haben. Und ich werde dazu die Tafel hinter mir benutzen. So, jetzt müsstet ihr die Tafel sehen, richtig? Also, wir werden uns heute wieder das größere Bild anschauen. Letztes Mal haben wir uns ja hauptsächlich hier mit diesem Abschnitt nach dem Ende der Gnadenzeit beschäftigt. Ja, die sieben Plagen und die 144.000, dass sie wirklich dort vorkommen. Und wir haben bis jetzt herausgefunden, dass die drei Engel in Offenbarung 14, also dort in den letzten Versen, die 144.000 darstellen, beziehungsweise dass sie auf jeden Fall Gottes Volk darstellen. Wir werden noch genauer sehen, dass nicht jeder dieser Engel die 144.000 darstellt, aber sie stellen auf jeden Fall alle Gottes Volk dar. Also, wenn wir herausfinden, dass diese letzten drei Engel in Offenbarung 14 von Vers 14 bis 20, also genau genommen in Vers 15, 17 und 18, werden noch drei weitere Engel erwähnt. Und wenn wir dann noch den Engel aus Offenbarung 18 dazu nehmen, ergibt das insgesamt sieben Engel. Also, wir haben die ersten drei Engel in Offenbarung 14, die wir alle kennen als die dreifache Engelsbotschaft. Dann kommt chronologisch der vierte Engel aus Offenbarung 18. Das ist der letzte vor dem Ende der Gnadenzeit. Und dann nochmal drei weitere nach dem Ende der Gnadenzeit. Das Ende der Gnadenzeit in Offenbarung 14, 14 ist, wo Christus jetzt mit der Sichel auf der Wolke ist. Das heißt, er hat das Heiligtum verlassen. Das heißt, chronologisch ist der Offenbarung 18 Engel der vierte. Also, wir haben, wenn man das jetzt mal hier nochmal zusammenfasst in der Zeit, bis 1844 die ersten drei Engel. Der erste, der zweite und der dritte. Der Offenbarung 18 Engel ist der vierte. Der erfüllt sich vollständig dann am Sonntagsgesetz, wenn der Spätregen gegeben wird. Das ist die Zeit des lauten Rufes. Und das ist die letzte Gnadenbotschaft an die Menschheit. Dann kommt das Ende der Gnadenzeit. Und dann sehen wir in Offenbarung 14, dass dort noch drei weitere Engel erwähnt sind. Was dann in der Reihenfolge der fünfte, sechste und siebte Engel wäre. Und genau diese Zeit wollen wir uns in dieser ganzen Studienreihe genauer anschauen. So, ich habe mir jetzt ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich da keine vergesse in dieser Zusammenfassung. So, dann haben wir auch gesehen, dass zweimal dieser Ausdruck verwendet wird, es ist vollbracht oder es ist geschehen. Das haben wir im Großen Kampf gelesen, nämlich einmal hier am Ende der Gnadenzeit heißt es, es ist vollbracht. Aber dann sehen wir in der siebten Plage auch nochmal diesen Ausdruck, es ist geschehen oder es ist vollbracht. Ich schreibe mal geschehen. Das bedeutet, dass hier, einmal ist hier ein Werk abgeschlossen und einmal ist hier ein Werk abgeschlossen. Und wir wissen, welches Werk hier abgeschlossen ist, nämlich das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen. Dafür wurde ja hier der Spätring gegeben. Und nach dem Ende der Gnadenzeit wird sich niemand mehr bekehren. Und die Seiten werden nicht mehr gewechselt. Wer heilig ist, bleibt heilig. Wer unrein ist, bleibt unrein und so weiter. Wir kennen das. Aber interessanterweise kommt dann hier in der siebten Plage, also hier haben wir die sieben Plagen, und in der siebten Plage kommt nochmal dieser Ausdruck, es ist geschehen. Und die Frage ist, wenn doch hier das Werk der Evangeliumsverkündigung verbracht war, was ist dann dieses nächste Werk, was jetzt in dieser Zeit noch verbracht wird? Und da kommen die 144.000 ins Spiel. Jetzt die Adventpioniere, haben wir auch gesehen, haben bereits verstanden und auch darüber geschrieben, dass diese letzten Engel in Offenbarung 14 auch Gottes Volk darstellen. Allerdings haben sie kurz nach 1844 diesen Engel hier, den fünften in der Reihenfolge, den vierten Engel genannt. Und sie dachten dann fälschlicherweise, dass sie schon in dieser Zeit wären, dass die Gnadenzeit für die Welt schon gekommen wäre. Und das mussten sie noch rausfinden, dass sie da falsch lagen. Und wir haben auch gesehen, dass sie dann hier in den Laodizea-Zustand gegangen sind, was diesen Engel hier notwendig machte. Der Offenbarung 18 Engel, der die Botschaft von Gerechtigkeit aus Glauben bringt. Zuerst zu Gottes Volk. Denn nur wenn sie selber das Evangelium haben, die Botschaft von Gerechtigkeit aus Glauben, können sie das auch der Welt bringen. Und das ist auch der Grund, weshalb dieser Offenbarung 18 Engel erstmal nicht in Offenbarung 14 auftaucht. Er war sozusagen nicht geplant und er wäre nicht notwendig gewesen, wenn die Gemeinde hier in der Kraft des Heiligen Geistes, nämlich in der Kraft des Mitternachtsrufs geblieben wäre und das Werk verendet hätte. Ellen White sagt, Christus wäre hier schon wieder gekommen. Aber die Tatsache, dass sie in den Laodizea-Zustand gefallen sind, hat es notwendig gemacht, dass wieder ein zusätzlicher Engel kommt, der sie wieder auf den Stand bringt, wo sie mal waren, sodass sie das Werk jetzt abwiesen können. Und deswegen steht er an so einer obskuren Stelle, weil die Bibel hier lehrt, dass es eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Aber trotzdem macht Gott das Werk dadurch perfekt. Nur dadurch werden es sieben Engel und sieben ist die Zahl der Vollendung, der Vervollkommnung von Gott. Und wir haben viele dieser sieben Reihen in Offenbarung. Die sieben Siegel, die sieben Gemeinden, die sieben Posaunen und so weiter. Und alle beschreiben, wie Gott sein Werk zur Vollendung bringt in der Offenbarung Jesu Christi. Das ganze Buch heißt die Offenbarung Jesu Christi. Und wir werden sehen, dass vor allem durch diese sieben Engel die Offenbarung Jesu Christi durch sein Volk stattfindet. Und er bezieht sein ganzes Volk da mit ein. Das werden wir dann noch sehen. Dann haben wir uns angeschaut, welche Merkmale eigentlich die 144.000 identifizieren. Sie sind nämlich diejenigen, welche eine ganz besondere Erfahrung machen. Wie zum Beispiel, dass sie hier durch die gesamte Zeit der Trübsal durchgehen. Und dass sie lebendig entrückt werden, ohne gestorben zu sein. Und dann haben wir festgestellt, dass sich das Wort entrückt, ganz speziell nur auf Menschen bezieht, die nicht gestorben sind. Also zum Beispiel wie Henoch. Und deswegen haben wir auch gesehen, dass diejenigen, die in der speziellen Auferstehung, die hier am Ende noch vor der Wiederkunft Christi stattfindet. Und das sind diejenigen, die seit 1844 im Glauben an die dritte Engelsbotschaft gestorben sind. Sie kommen hier in dieser speziellen Auferstehung herauf. Aber sie gehören nicht zu der Gruppe der 144.000. Denn sie sind ja gestorben und sie erfüllen dieses Merkmal nicht, dass sie den Tod nicht gesehen haben. Die 144.000 erlangen gemäß dem Ablauf, wie wir es im großen Kampf gesehen haben, den Sieg während der fünften Plage. Wir haben gesehen, da ist eine Unterteilung zwischen den ersten vier und den letzten fünf. Und in der fünften Plage ist die Finsternis, wo jetzt die Befreiung von Gottes Volk beginnt. Und wenn das geschieht und diese sichtbaren Zeichen von der Wiederkunft Christi jetzt beginnen, sich zu ereignen, dann kommt dieser Siegesruf von Gottes Volk und sie haben überwunden. Und das ist jetzt wichtig, dieses Detail, um eben zu verstehen, dass diejenigen, die aus der speziellen Auferstehung kommen, nicht zu den 144.000 gehören. Denn sie bekommen diesen Sieg gar nicht mit sie. Sie kommen erst viel später in der siebten Plage herauf. Und ich möchte noch einen Zusatz machen. Wir haben das ja letzte Mal studiert. Genau herauszufinden, gehören jetzt die aus der speziellen Auferstehung zu den 144.000 oder nicht. Und wir haben über diese lebendigen Heiligen gesprochen. Und ich möchte noch mal darauf Bezug nehmen, denn mir ist noch ein Detail aufgefallen, was ich gerne hinzufügen würde, was noch mal bestätigt, warum die aus der speziellen Auferstehung nicht zu den 144.000 gehören. Also wir werden ein Zitat lesen, und zwar aus Frühschriften, wo sie diesen Ausdruck nennt, wo sie sagt, die lebendigen Heiligen 144.000 an der Zahl. Und wenn man das studiert, dann kann man sehen, dass zu diesem Zeitpunkt, wo sie das sagt, die spezielle Auferstehung bereits stattgefunden hat. Und diese Menschen sind ja dann lebendig, die hier gekommen sind. Und dann sagt sie, die lebendigen Heiligen 144.000 an der Zaren. Das ist ein Grund, weshalb viele glauben, dass jetzt die aus der speziellen Auferstehung dort leben, zu den lebendigen Heiligen gehören und damit zu den 144.000 gehören. Und ich möchte zeigen, warum sich jetzt dieser Ausdruck, die lebendigen Heiligen, wirklich nur auf die 144.000 bezieht, auch wenn zu dem Zeitpunkt die aus der speziellen Auferstehung am Leben sind schon wieder. Also, in dem Zitat hier aus Frühschriften, dort heißt es, Tag und Stunde wurde mitgeteilt von Jesu Kommen und dann wurde gesagt, die lebendigen Heiligen 144.000 an der Zahl. Und in dem nächsten Zitat, ich werde es euch auch gleich zeigen, sehen wir eben, dass wenn Tag und Stunde verkündigt werden, danach die spezielle Auferstehung schon stattgefunden hat. Und da können wir sehen, dass die aus der speziellen Auferstehung da dabei sind. So, jetzt habe ich die Zitate geschickt, das heißt, hier müssten wir jetzt auch haben. Also gehen wir da mal kurz hin und zeige ich euch das auch. Also hier ist das Zitat aus Frühschriften, wo sie erst sagt, Tag und Stunde wurden uns mitgeteilt und dann die lebendigen Heiligen 144.000 an der Zahl. Und jetzt lesen wir noch mal hier aus den frühen Schriften. Da spricht sie jetzt hier von der speziellen Auferstehung. Und das Wichtige ist jetzt hier zu sehen, wie sie auferstehen. Es heißt, diejenigen, die im Glauben unter der dritten Engelsbotschaft gestorben waren und den Sabbat gehalten hatten, kamen verherrlicht aus ihren staubigen Betten hervor. Das heißt, sie sind bereits verwandelt. Sie haben schon den neuen Körper, den Unsterblichen. Dann sehen wir hier im nächsten Abschnitt, Tag und Stunde wird verkündigt. Sie haben diesen Siegesruf über das Tier und sein Bild. Und dann sehen wir hier in dem nächsten Abschnitt die Auferstehung der Gerechten, also die generelle erste Auferstehung. Und dann heißt es, dann erhoben die lebendigen Heiligen und die Auferweckten ihre Stimmen in langen, weithallenden Siegesrufen. Jene Körper, die mit den Zeichen der Krankheit und des Todes ins Grab gesunken waren, kamen hervor in unsterblicher Gesundheit und Kraft. Die lebendigen Heiligen werden in einem Augenblick verwandelt und mit den Auferstanden heraufgenommen, dem Herrn entgegen in die Luft. Also seht ihr, die lebendigen Heiligen werden jetzt erst in einem Augenblick verwandelt. Können dann die aus der speziellen Auferstehung zu den lebendigen Heiligen gehören? Nein, denn sie kamen bereits verherrlicht aus ihren Gräbern. Sie werden jetzt nicht verwandelt. Und deswegen bezieht sich der Ausdruck lebendige Heilige nur auf die 144.000. So müssen wir eben lernen, wie Gott diese Begriffe verwendet, weil die Bibel und auch die Schriften von Ellen White sich selbst auslegen. Okay, also das war noch ein Zusatz, den ich zum letzten Mal geben wollte. Dann haben wir uns auch noch kurz die Versiegelung angeschaut, denn das ist auch oft ein Argument, wo gesagt wird, ja, aber die 144.000 sind doch die Versiegelten. Und dann sehen wir, dass seit 1844 die Versiegelungsbotschaft vorangeht und dass sie auch sagt, dass Menschen schon versiegelt sind. Aber dann haben wir gesehen, wir müssen unterscheiden zwischen zwei Siegeln. Es gibt einmal das Gegründetwerden in der Wahrheit, was ein Siegel ist, was wir immer haben müssen, was jeder Gerettete haben muss zu Lebzeiten. Aber es gibt auch ein zweites Siegel, was sich auf die Entscheidung im Gericht bezieht. Und nur die 144.000 werden dieses zweite Siegel erhalten, während sie leben. Alle anderen erhalten es, wenn sie schon tot sind. Also kurz vor einer der Gnadenzeit, wenn das Gericht über die Lebenden abgeschlossen ist, dann sind es die 144.000, die übrig bleiben und dieses zweite Siegel bekommen, was nichts anderes ist als eine Markierung für die Engel, damit sie wissen, dass sie jetzt beschützt werden in den sieben letzten Tagen. Aber dieses zweite Siegel bezieht sich nicht auf das Werk des Heiligen Geistes in uns, um uns in der Wahrheit zu gründen. Es ist das Siegel, was sie bekommen als Bestätigung dafür, dass sie treu gewesen sind gegenüber den Geboten Gottes. Und jetzt im Gericht für gerecht befunden werden. Und das ist dieses zweite Siegel. Und das bezieht sich auf die 144.000. Genau, also das ist alles noch Wiederholung. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Und ein Aspekt über die spezielle Auferstehung möchte ich jetzt noch mal aufgreifen, um jetzt in unser heutiges Studium einzusteigen. Und zwar, die aus der speziellen Auferstehung haben ja nicht diesen Reinigungsprozess durchgemacht und diese Charaktervervollkommnung erreicht wie die 144.000. Denn das, haben wir schon gesehen, ist genau das Ziel seit 1844, dass nämlich Gott ein Volk vorbereiten möchte, das überhaupt in der Lage ist, zu überleben und dann Gott gegenüber zu treten, ohne zu sterben. Wir haben gesehen, das ist normalerweise nicht möglich. Man muss dafür vorbereitet werden. Einfach so könnten wir nicht lebendig in Gottes Gegenwart treten. Da muss eine spezielle Reinigung und Vorbereitung stattfinden, dass es möglich ist, in Gottes Gegenwart zu treten, ohne zu sterben. Wir haben einige Zitate darüber gelesen. Offensichtlich geschieht ein Werk für diejenigen, die sterben und wieder auferstehen, sodass sie das dann können. Aber ohne den Tod zu sehen, dahin zu kommen, braucht eine spezielle Vorbereitung. Und allein deswegen können wir auch schon sehen, dass die 144.000 allein diejenigen sind, die das sozusagen geschafft haben. Natürlich hat Gott es ihnen gemacht. Aber der Punkt ist, dass alle, die gestorben sind, auch deswegen nicht zu den 144.000 gehören können, weil sie diesen Reinigungsprozess nicht abgeschlossen haben. Und das heißt nicht, dass es nicht Menschen gibt in der Bibel, die auch schon das geschafft haben. Also wir wissen von Henoch und Elia, sie haben diesen Grad erreicht, wo sie lebendig in den Himmel aufgenommen werden konnten. Es war möglich wegen der Vorbereitung, die sie gehabt haben. Also es heißt über Henoch, er wandelte mit Gott, sodass er wohlgefallen hatte. Und das ging zu einem solchen Grad, dass es möglich war, dass er lebendig in den Himmel konnte. Und schauen wir uns nochmal Malayachi 3 an. Das hatten wir auch schon mal in einem vergangenen Studium, wo jetzt dieses Werk der Reinigung ab 1844 beschrieben wird. Gehen wir zu Malayachi, Kapitel 3. Das ist das letzte Buch im Alten Testament. Malayachi 3, Vers 1 bis 3. Da heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscharen. Also der Bote des Bundes ist Christus. Und hier wird gesagt, dass ein anderer Bote aber den Weg bereiten muss für Christus. Und am Ende des Buches hier wird uns gesagt, dass das Elia ist. Und Elia hat sich erfüllt in Johannes dem Täufer, der das erste Kommen Christi vorbereitet hat. Elia hat sich erfüllt in der Adventbewegung, wo hier diese Menschen das Kommen Christi, was sie erwartet hatten, vorbereitet hatten. Letztendlich sind diese Engel hier der Endzeit Elia, die das Kommen Christi vorbereiten, den großen Tag seines Kommens. Und es heißt in Vers 2, Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn man muss da bestehen können. Das ist hier die Frage. Nicht alle werden das ertragen. Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Libis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Und dann werden sie dem Herrn Opfer darbringen in Gerechtigkeit. Und wir haben gelesen, dass sich Malachi 3 hier erfüllt hat. Als Jesus ins Allerheiligste ging, hat sich das erfüllt. Und das Werk, was ab hier dann geschieht, ist genau was hier steht, nämlich eine besondere Reinigung des Volkes Gottes. Das können wir auch nochmal lesen in den Zitaten. Und zwar ist das hier aus dem großen Kampf. Sie spricht hier von der Zeit, wo Christus gekommen war, aber nicht auf die Erde, sondern in das Allerheiligste. Das war 1844. Und dann schreibt sie, aber auch sie waren noch nicht bereit, ihrem Herrn zu begegnen. Sie mussten noch darauf vorbereitet werden. Also 1844 war Gottes Volk nicht bereit, lebendig in Gottes Gegenwart zu treten. Sie mussten noch darauf vorbereitet werden. Und dann schreibt sie, was diese Vorbereitung ist. Und sie zitiert Malachi 3. Wer wird den Tag seiner Ankunft bestehen? Ja, sie schreibt hier, die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum aufhören wird, werden vor den Augen eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen fleckenlos ihre Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch Gottes Gnade und durch ihre eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem Bösen siegreich bleiben. Während das Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, während die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem Heiligtum entfernt werden, muss sich das Volk Gottes auf Erden in besonderer Weise läutern, das heißt seine Sünden ablegen. Also während der Zeit ab 1844, während das Untersuchungsgericht im Himmel vonstatten geht, kommt jetzt eine besondere Läuterung, eine besondere Reinigung von Sünden unter Gottes Volk, die vorher nicht stattfand. Und diese besondere Reinigung bezieht sich auf die Vorbereitung, am Tag seines Kommens bestehen zu können. Deswegen diese besondere Vorbereitung. Und die Antwort wird uns auch gegeben, wer das sein wird, der dort bestehen kann, nämlich in der Offenbarung, wo genau dieselbe Frage gestellt wird, wer kann bestehen, aber danach kommt die Antwort. In Offenbarung 6, Offenbarung 6, Vers 17, im letzten Vers von Offenbarung Kapitel 6, da heißt es, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Und was wird uns im nächsten Kapitel vorgeführt? Wer ist die Gruppe, die dort bestehen kann? Es sind die 144.000, die hier versiegelt werden und die dann versiegelt sind und dann werden die vier Winde, die sieben letzten Plagen, losgelassen. Und es sind die 144.000, die dann da versiegelt sind, die in dieser Zeit bestehen können. Sie haben dieses Reinigungswerk abgeschlossen und wir werden auch sehen, dass in dieser letzten Zeit, nach dem Ende der Gnadenzeit, während der Trübsalzzeit, sogar selbst nochmal ein Reinigungswerk stattfindet, was über das hinausgeht, was seit 1844 stattfindet. Das ist ein mehrstufiger Prozess bis hin zu einem Punkt, wo sie so weit sind, dass Christus wiederkommen kann. Und es hat mehrere Funktionen, warum Gott das mit seinem Volk macht. Das werden wir dann in unserem Studium sehen. Und dann sagt sie hier weiter in dem Zitat, nachdem jetzt sie von dieser besonderen Läuterung gesprochen hat, nachdem das geschehen ist, werden die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. Also eben hat sie geschrieben, es muss noch etwas für sie getan werden, damit sie bereit sind. Dann hat sie von dieser speziellen Reinigung gesprochen und dann sagt sie, wenn das geschehen ist, dann sind sie bereit. Ja, und dann zitiert sie auch hier Epheser 5, wo es heißt, dann wird die Gemeinde, die der Herr bei seinem Kommen zu sich nehmen wird, herrlich sein, eine Gemeinde, die nicht habe, einen Flecken oder Runzel oder etwas. Und die Frage ist, warum das Ganze? Weshalb macht Gott das? Wir können das lesen, was es so sein muss, aber was ist überhaupt der Sinn und Zweck davon? Denn erlöst sind ja viele, die da überhaupt nicht dran teilhaben. Also was ist der wirkliche Zweck davon? Jetzt, sie schreibt hier, das haben wir auch schon mal gelesen, in Review and Herald aus dem Jahr 1884, die Zeit der Trübsal ist der Schmelztiegel, der Christus-ähnliche Charaktere hervorbringen sollen. Ja, hier steht nicht, dass die Trübsal Christus-ähnliche Charaktere produziert oder erschafft. Sie müssen diesen Christus-ähnlichen Charakter schon haben, eher durch die Bekehrung. Aber was die Zeit der Trübsal macht, er bringt diese Charaktere hervor. Das heißt, sodass sie sichtbar werden. Dass sie so sichtbar werden, wie man es normalerweise nicht sehen würde. Das heißt nicht, dass sie davor nicht da gewesen wären, diese Christus-ähnlichen Charaktere. Ja, man kann nur etwas hervorbringen, was bereits da ist. Und diese Zeit der Trübsal ist dazu da, das jetzt zu demonstrieren, es hervorzubringen. Die Zeit der Trübsal, heißt es, soll das Volk Gottes dazu bringen, sich von Satan und seinen Versuchungen loszusagen. Jetzt, wir müssen uns das mal vergegenwärtigen, was sie hier sagt. Sie spricht hier von der Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit. Ja, sollen wir nicht jetzt schon von Versuchungen Satans befreit sein, uns davon loszusagen? Ist nicht nach dem Ende der Gnadenzeit zu spät, von Satan befreit zu werden? Auf jeden Fall. Und da sich die Bibel nicht widerspricht, muss es hier von etwas sprechen, was über das generelle Erlösungswerk hinausgeht. Ja, denn der Dienst im himmlischen Heiligtum ist abgeschlossen. Es ist keine Möglichkeit mehr, jetzt Sünden zu bekennen und sie ins Heiligtum zu senden. Das ist alles vorbei. Trotzdem findet hier noch etwas mehr statt. Und das wollen wir uns angucken, was das ist und warum das überhaupt geschieht. Sie schreibt hier weiter, Das bedeutet, dass bis zu diesem Zeitpunkt, obwohl sie diese ganze Zeit durchlaufen sind und jetzt nach dem Ende der Gnadenzeit sind, dass bis dahin immer noch eine gewisse Zuneigung in ihnen ist, zu Satan. Was aber nichts per se mit Sünde zu tun hat, von der sie befreit werden müssen, um erlöst zu werden. Das ist etwas anderes, weil dieses Werk ist schon vorbei seit Ende der Gnadenzeit. Und es heißt auch, dass nur die Zeit der Trübsal das für sie tun kann. Sie schreibt hier im großen Kampf dasselbe etwas anders ausgedrückt. Das kennen wir vielleicht besser. Sie sagt, Ihre Trübsal ist groß, die Flammen des Feuerofens scheinen sie verschlingen zu wollen. Doch sie werden aus der Hand dessen, der sie läutert, hervorgehen wie im Feuer gereinigtes Gold. Gottes Liebe zu seinen Kindern ist in der trübseligen Zeit ihrer schwersten Prüfungen ebenso stark und gütig wie in den Tagen ihres glänzendsten Wohlergehens. Aber es tut ihnen Not, in den Feuerofen gebracht zu werden. Das Irdische an ihnen muss vernichtet werden, damit sie das Bild Christi vollkommen widerstrahlen können. Wir kennen vielleicht dieses Zitat. Und wir fragen uns immer, was ist dieses Irdische, was da vernichtet werden muss? Ja, es ist diese Zuneigung, diese tiefsitzende Zuneigung zu den Prinzipien Satans, die so tief sitzen, wie wir später sehen werden, was sogar die ungefallenen Engel hatten, die loyal und treu zu Gott geblieben sind. Und sie nennt diese Zeit der Trübsal hier einen Feuerofen, wo wir noch weiter geläutert werden. Also wir haben ja schon gelesen, hier sitzt Gott als dieser Silberwäscher, der uns reinigt und läutert wie das Silber und das Gold. Aber selbst die Zeit der Trübsal ist jetzt der letzte endgültige Feuerofen, wo auch noch das Letzte gereinigt wird, obwohl es schon nach dem Ende der Gnadenzeit ist. Und was ist der Sinn und Zweck? Was hat sie gesagt? Warum geschieht das hier? Ja, sie hat gesagt, hier am Ende, das Irdische an ihnen muss vernichtet werden, damit sie das Bild Christi vollkommen widerstrahlen können. Ja, derselbe Gedanke, die Zeit der Trübsal wie Christus ähnliche Charaktere hervorbringen. Und jetzt können sie es vollkommen widerstrahlen. Das heißt, etwas geschieht hier, damit man es sieht jetzt. Den gleichen Gedanken haben wir auch noch mal hier in Christi Gleichnisse, wo es heißt, wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er bald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Also die Ernte ist das Ende der Welt. Christus kommt mit der Sichel und die Frage ist, was ist die Frucht? Und das heißt, Christus wartet mit sehnsüchtigem Verlangen darauf, sich durch seine Gemeinde offenbar zu sehen. Wenn der Charakter Christi vollkommen in seinem Volke wiederhergestellt sein wird, dann wird er kommen, um es als sein Eigentum zu beanspruchen. Das heißt, die Frucht, auf die er wartet, ist die Vervollkommnung von Christi Charakter in seinem Volk. Und es heißt hier, erst wenn das vollständig geschehen ist, dann wird er kommen. Das heißt, wenn das Ende der Gnadenzeit gekommen ist, hat er ja noch nicht geerntet. Es ist jetzt Zeit für die Ernte, er kommt mit der Sichel, aber die Tatsache, dass er noch nicht geerntet hat, zeigt, dass der Charakter noch nicht vervollkommet ist. Das geschieht jetzt durch diese Zeit und sobald es vollbracht ist durch das, was hier geschieht, dann wird er sie ernten, dann wird er sie zu sich nehmen. Aber selbst diese Zeit dient noch dazu, dieses Werk zu einem Abschluss zu bringen. Jetzt, was vervollkommend die Frucht? Was trägt auch dazu bei, dass der Charakter Christi so vervollkommend wird, wird, dass wir lebendig verwandelt werden können, dass wir praktisch lebend Christi begegnen können. Ich habe hier mehrere kurze Zitate, wo sie ganz klar sagt, dass es der Spätregen ist. Also hier in Zeugnisse für Prediger heißt es, dass der Spätregen die Frucht für die Sichel vorbereitet. Oder hier aus Wirken der Apostel heißt es, der Spätregen bereitet die Gemeinde auf das Kommen des Menschensohnes vor. Oder hier im Großen Kampf, Seite 612, Der Spätregen ist dazu da, dass die Ernte reife. Alles Interessante hier finde ich aus Zeugnisse Band 1, Seite 207, da schreibt sie, wer jedoch alle Prüfungen besteht und überwindet, ganz gleich für welchen Preis, hat den Rat des treuen Zeugen beachtet, wird den Spätregen empfangen und somit vorbereitet sein für die Verwandlung. Und im Englischen schreibt sie da Translation und das ist das Wort für Entrückung. Also sie sagt, dass der Spätregen uns schon bereit macht, lebendig verwandelt zu werden, lebendig entrückt zu werden. Und die Frage ist, wenn doch jetzt der Spätregen uns schon vorbereitet, dass wir lebendig entrückt werden können, warum geschieht das dann nicht, sobald der Spätregen sein Werk getan hat? Warum jetzt immer noch diese Zeit? Denn wir werden ja jetzt schon bereit, entrückt zu werden. Das ist abgeschlossen. Wir sind jetzt bereit, wir können Christus lebendig entgegentreten. Trotzdem geschieht hier noch eine weitere Reinigung. Jetzt wofür? Warum lässt Gott das zu? Warum befreit er jetzt sein Volk nicht, wenn sich doch eh niemand mehr bekehren kann, oder? Wir lesen mal hier aus Christi Gleichnisse noch ein Zeugnis darüber, darüber, dass tatsächlich in der Zeit danach, in der trübseligen Zeit, das Getreide noch kräftiger wird und noch mal mehr reift. Das hier ist über das Gleichnis von Weizen und Unkraut. Da schreibt sie, die heiße Sommersonne, welche das kräftige Getreide stärkt und reift, vernichtet das, was keine tiefen Wurzeln hat. Und sie zitiert dann Matthäus 13, wo sie erklärt, dass diese heiße Sommersonne, die das auf dem steinigen Boden verbrennt, was keine Wurzeln hat, das stellt Verfolgungen dar. Verfolgung und Trübsal und Anfechtung und all diese Dinge. Und dann sagt sie hier, solange alles ohne weitere Störung vorangeht, mag es scheinen, als ob sie wahre Christen seien, also die auf steinigen Boden, aber unter der feurigen Probe der Versuchung werden sie schwach. Sie können um Christi willen keine Schmach ertragen. Und was haben wir schon gesehen, ist die feurige Probe der Versuchung. Das ist das, was die Bibel die große Stunde der Versuchung nennt. In Offenbarung 3, Vers 10 heißt es, die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Und das ist genau die Zeit der Trübsal, die sieben letzten Plagen. Und das ist das, was hier in dem Gleichnis gemeint ist mit dieser heißen Sommersonne. Aber während das auf steinigem Boden ohne Wurzeln dort vernichtet wird, hat das, was wirklich kräftig ist, wird dadurch noch kräftiger und reift sogar noch mehr. Das ist, was sie hier sagen. Okay, und ich möchte jetzt zeigen, dass das, was dort geschieht, sich speziell unter dem Symbol der Erstlingsfrucht erfüllt. Und dazu gehen wir mal zur Offenbarung 14 und lesen nochmal den Abschnitt hier über die Erstlingsfrucht. Gehen wir zur Offenbarung 14. Also wir haben ja gesehen jetzt, dass dort dieses spezielle Reinigungswerk stattfinden muss. Und interessanterweise werden die 144.000 genau als diejenigen beschrieben, die jetzt rein sind. also in Offenbarung 14 Vers 4 und 5. Offenbarung 14 Vers 4 und 5, da heißt es, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Also hier haben wir diese Beschreibung von den 144.000, die den Charakter Christi vollkommen widerspiegeln. Genau das, was auch über Christus gesagt wurde, dass in seinem Mund kein Betrug gefunden worden ist. Als er geschmäht wurde, erwiderte er nicht wieder und all diese Aspekte und sie stellen jetzt den Charakter Christi vollkommen dar. und in Verbindung mit dieser Beschreibung ihrer Reinheit sehen wir das Symbol der Erstlingsfrucht. Also manche Bibeln sagen hier nur Erstlinge, aber wenn man wirklich schaut im Grundtext ist wirklich ganz speziell das Wort Erstlingsfrucht und wir werden auch sehen, dass das sehr logisch ist, dass hier die Erstlingsfrucht auftauchen muss, denn wir sehen ja danach eine Ernte. Christus kommt zu Ernten und wo immer eine Ernte stattfindet, musste auch eine Erstlingsfrucht dargebracht werden. Das werden wir uns gleich näher anschauen, aber natürlich wollen wir zuerst auf Christus schauen, denn zuerst einmal, wenn wir die Erstlingsfrucht studieren, stellen wir fest, dass Christus selbst die Erstlingsfrucht war. Er wird Erstlingsfrucht genannt. Das heißt, um herauszufinden, warum jetzt die 144.000 Erstlingsfrucht genannt werden, fühlen wir gut daran herauszufinden, wie denn Christus dieses Symbol erfüllt hat. Denn wenn wir es bei Christus verstehen, dann werden wir es auch bei den 144.000 verstehen. Also gehen wir mal zu 1. Korinther 15 und lesen, wo Christus hier als Erstlingsfrucht beschrieben wird. Es gibt mehr Texte, aber das ist der deutlichste und letztendlich sagen sie alle dasselbe. Gehen wir zu 1. Korinther 15 und dort lesen wir Vers 20, reicht eigentlich. 1. Korinther 15, Vers 20. Also Paulus spricht hier im Kontext über die Auferstehung aus den Toten und dass die Tatsache, dass Christus aus den Toten auferstanden ist, die Grundlage für unseren christlichen Glauben ist. Er sagt, wenn es nicht so wäre, dann wäre unser Glauben umsonst. Und dann sagt er in Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Oder hier steht wieder dasselbe Wort Erstlingsfrucht eigentlich. Im Englischen heißt es auch, he is the first fruits of them that slept. Er ist der, er ist die Erstlingsfrucht, Frucht der Entschlafenen. Nun, wenn wir das so lesen, mit unserem menschlichen Verstand, wir sollen ja nicht unsere eigene Interpretation nach einem bringen, aber manchmal sind wir versucht es zu tun, weil es so natürlich kommt. Und wenn wir das lesen, was denken wir sofort, was das heißt? Dass er der Erstling unter dem ist, die entschlafen sind. Man könnte denken, dass er der Erste ist, der auferstanden ist, oder? Aber wenn man die Bibel mal durchgelesen hat, was wird man feststellen? War er der Erste, der aus den Toten Nein, überhaupt bei Weitem nicht. Wenn man das mal zählt, war er der Achte in der chronologischen Reihenfolge. Ich habe euch mal hier aufgelistet, wer alles vor Christus bereits, zumindest von dem wir wissen aus der Bibel, aus den Toten auferstanden ist. Das ist erst mal Mose, kann man nachlesen in Judas 9 und in Matthäus 17 auf dem Berg der Verklärung, wo Mose ja erscheint. Er war der Erste, der auferweckt worden ist, aus den Toten. Dann haben wir in Erste Könige 17 das Beispiel des Sohnes der Witwe von Zapad, der durch Elia auferweckt wird. Wir haben den Sohn der Schunamiter in 2. Könige 4, das geschieht durch Elisa, die Nachfolger von Elia. Dann haben wir diesen einen Vers in 2. Könige 13, 21, wo ein Mann in Elisas Grab geworfen wird und sobald dann der fünfte ist dann im Neuen Testament, der Sohn der Witwe von Nein in Lukas 7, dann haben wir noch die Tochter des Jairus in Lukas 8 und das vielleicht bekannteste Beispiel Lazarus in Johannes 11. Und das sind sieben Menschen aus der Bibel, die schon auferstanden sind, bevor es dann zu Christus kommt, der aus den Toten aufersteht. Das heißt, die Erstlingsfrucht bezieht sich nicht auf die Tatsache, dass er zeitlich derjenige wäre, der als erstes auf den Toten auferstanden. Und die Frage ist dann, worauf bezieht sich dann dieser Begriff, wenn nicht auf diese Tatsache? Also wir müssen diesen zeitlichen Aspekt erstmal außen vor lassen. Das hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie der Erste gewesen wäre. Ja, wenn man danach gehen würde, wer der Erste gewesen wäre, dann müsste Mose die Erstlingsfrucht sein. Ist er aber nicht. Christus ist es. Wir lesen mal im Leben Jesu Seite 788, wo sie über diesen Vers kommentiert. Und sie bezieht es jetzt ganz konkret auf das Gesetz der Erstlingsfrucht, nämlich auf die Feste der Juden im Alten Testament. Sie hatten ja sieben Feste im Jahr und das dritte Fest war das der Erstlingsfrucht am 16. Tag des ersten Monats. Es gab das Passafest, dann das Fest der ungesäuerten Brote und am dritten Tag dieser drei Feste war das Fest der Erstlingsfrüchte, am 16. Tag des ersten Monats. Und Christus hat dann all diese Feste geistlich erfüllt. Er war das Passalam, das am Kreuz gestorben ist, am 14. Er war das Brot, das im Grab geruht hat, ohne Sünde, das Fest der ungesäuerten Brote, ohne diese Sauerteig der Sünde in sich. Und dann ist er auferstanden und war die Erstlingsfrucht. Und jetzt schreibt sie hier im Leben Jesu, Seite 788, Christus stand von den Toten auf als die Erstlingsfrucht derjenigen, die da schlafen. Er war das Gegenbild der Wehbegabe. Seine Auferstehung erfolgte am gleichen Tag, an dem die Wehbegabe dem Herrn dargebracht werden sollte. Über einen Zeitraum von mehr als tausend Jahren war diese sinnbildliche Handlung ausgeführt worden. Die ersten reifen Kornehren wurden auf dem Erntefeld geschnitten. Und wenn das Volk zum Passerfest nach Jerusalem hinauf zog, wurde diese Erstlingsgabe als ein Dankopfer vor dem Herrn gewebt. Nicht er, als bis sie dem Herrn dargebracht war, durfte die Sichel an das Korn gelegt und dieses in Gaben gebunden werden. Die dem Herrn geweihte Gabe war stellvertretend für die Ernte. Ebenso vertrat Jesus als Erstlingsfrucht die große geistliche Ernte, die für das Reich Gottes gesammelt werden wird. Seine Auferstehung ist das Vorbild und das Unterpfand der Auferstehung aller gerechten Toten. Der wichtigste Satz hier drin ist der den ich unterstrichen habe. Das ist sozusagen das Gesetz was dort befolgt werden musste in dieser Zeremonie der Erstlingsfrüchte. Erst wenn die Erstlingsfrucht abgeschnitten wurde, nach Jerusalem gebracht wurde und dort da gebracht wurde und das erfolgreich geschehen ist, dann durfte zurückgegangen werden und die ganze Ernte eingefahren werden. Das ist das Bild. Ohne die Darbringung dieser Erstlingsfrucht keine Ernte. Das heißt, was immer Christus als Erstlingsfrucht vollbracht hat, bedeutet, dass wenn er das nicht vollbracht hätte, dann würde es keine Ernte geben. Und genauso sicher heißt es auch dann über die 144.000, dass wenn auch sie das Werk als Erstlingsfrucht nicht verbringen würden und dargebracht werden würden als diese Erstlingsfrucht, dann könnte die Ernte nicht geschehen. Also sowohl Christus als auch die 144.000 stehen als Erstlingsfrucht stellvertretend für die Ernte. Das sagt sie ja hier. Der Christus stand stellvertretend für die Ernte und nur wenn sie erfolgreich präsentiert wurde, kann der Rest der Ernte eingefahren werden. Das heißt, was bedeutet ist, wenn es heißt, dass sie stellvertretend für die Ernte stehen. Das heißt, anhand dieses Opfers lässt sich schließen auf den Rest der Ernte. Diese Erstlingsfrucht steht stellvertretend für das, was den ganzen Rest ausmacht. An dem kann man erkennen oder kann man etwas erkennen über den ganzen Rest. Das ist auch interessant, weil wenn man sich ein Weizenfeld anschaut, dann wird ja alles gleichzeitig reif. Die Erstlingsfrucht heißt nicht deswegen Erstlingsfrucht, weil sie zuerst reif wäre. Das ist hier nicht der Punkt in diesem Bild. Das Einzige, was dieses Fest lehren möchte, ist, dass obwohl jetzt alles reif ist, ein Teil genommen werden wird und präsentiert werden muss, bevor alles geerntet werden kann. Okay, vielleicht mal die Frage, was ist denn die Ernte, von der wir sprechen am Ende der Welt? Die was? Und was soll mit denen passieren? Was genau? In den Himmel, genau. Es ist die Auferstehung der Gerechten, die in die himmlische Scheune gesammelt werden. Deswegen kommt er mit der Sichel. Er kommt, um zu ernten und er holt sie aus der Erde und bringt sie in den Himmel, in sein Himmelreich, in seine himmlische Scheune. Das ist die Ernte, aber das kann nur stattfinden, wenn die Erstlingsfrucht vorher präsentiert wird. Und was ist die Erstlingsfrucht? Die 144.000. Aber um zu verstehen, was die 144.000 dort tun, gucken wir uns die Erstlingsfrucht Christus an. Deswegen lesen wir das jetzt. Und es ist auch interessant zu sehen, dass über die 144.000 in Offenbarung 14 gesagt wird, dass sie zwar dem Lamm nachfolgen, wohin es geht, aber sie sind ja nicht das Lamm. Das Lamm ist wirklich etwas, was allein Christus darstellt. Denn natürlich folgen sie dem Lamm und machen auch gewisse Erfahrungen, die das beinhaltet, mit, aber von ihnen kann nicht gesagt werden, dass sie der Sünde der Welt tragen. Das ist allein Christus. Das heißt, sie werden bewusst nicht als das Lamm dargestellt. Das kann nur Christus. Aber wenn es zur Erstlingsfrucht kommt, werden sie wirklich als diese Erstlingsfrucht dargestellt. Das heißt, genau dasselbe, was Christus als Erstlingsfrucht erfüllt hat, müssen auch die 144.000 erfüllen. Denn sie sind wirklich auch die Erstlingsfrucht. Genauso wie Christus. jetzt wann war Christus die Erstlingsfrucht? Das ist auch noch interessant. Okay, aber wann er es praktisch erfüllt hat. Es heißt ja, er war am dritten Tag, als er auferstanden ist, war er die Erstlingsfrucht. Aber wir werden sehen, er war dort die Erstlingsfrucht wegen dem, was er bereits vor seinem Tod vollbracht hat. Und die Auferstehung zeigte letztendlich, dass er ohne Sünde war. Also er konnte nur auferstehen und die Erstlingsfrucht sein, weil da keine Sünde in ihm war. Weil er sozusagen in der Versuchung standgehalten hat und gezeigt hat, dass er das Recht hat, sein Leben wiederzunehmen und aufzuerstehen. Und so ist er zwar dann die Erstlingsfrucht, aber das, was ihn dazu gemacht hat, hat tatsächlich vor seinem Tod stattgefunden. Und das heißt auch, dass die 144.000 als Erstlingsfrüchte zwar in den Himmel kommen, denn diese Szene wird ja hier beschrieben, auch 14, wo sie bereits im Himmel sind, aber es zeigt eigentlich das, was sie vorher bereits auf Erden gemacht haben und wie sie gelebt haben, nämlich unbefleckt, unsträflich vor dem Thron Gottes in der größten Zeit nicht der Sünde nachgegeben und sind nicht gefallen und vollbringen auch lebendig auf Erden dieses Werk der Erstlingsfrucht genauso wie Christus es vollbracht hat. Und die Tatsache, dass Christus das vor seinem Tod vollbracht hat, das sehen wir in Johannes 19. Johannes 19 wird seine Gefangenname beschrieben seine Kreuzigung und dann der Zeitpunkt seines Todes und kurz vor seinem Tod das letzte was er sagt finden wir in Johannes 19 Vers 30 da heißt es als als nun Jesus den Essig genommen hatte sprach er es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab seinen Geist jetzt wir sehen hier dass für die Sünder zu sterben nicht alles ist was der Erlösungsplan beinhaltet denn sein Tod wäre ja jetzt genau dieses Werk den das zu vollbringen was die Sünder erlöst aber er sagt ja schon vorher es ist vollbracht das heißt was immer jetzt vollbracht hat geschieht vor diesem Akt des Sterbens für die Sünder und das ist dieses andere Werk was er was ihm zur Erstlingsfrucht macht lesen wir das mal hier im Leben Jesu Seite 759 und dieses ganze Kapitel kann ich empfehlen es heißt auch es ist überschrieben mit diesem Ausdruck es ist vollbracht und es beschreibt wunderbar was er da vollbracht hat sie schreibt hier Jesu Leben fand Jesu Leben auf Erden fand nicht er seinen Abschluss als bis er das Werk vollendet hatte das auszuführen er gekommen war erst mit dem letzten Atemzug am Kreuz rief er aus es ist vollbracht also sie sagt auch ganz klar bevor sein Leben ein Abschluss gefunden hatte war das Werk vollendet welches Werk nicht das um für die Erlösung der Sünder zu sterben denn sonst hätte er sagen müssen ich werde es jetzt vollbringen oder ich bin dabei es zu vollbringen aber er sagt ganz klar ich habe es vollbracht und was hat er vollbracht es heißt der kampf war gewonnen seine rechte und sein heiliger arm hatten ihm den sieg erstritten als sieger hatte er sein banner auf den ewigen höhen errichtet herrschte darüber nicht freude unter den engeln der ganze himmel nahm jubel anteil an dem sieg des erlösers satan war geschlagen und er wusste dass ihm sein reich verloren war also hier geht es um den großen kampf jesus hat hier etwas vollbracht was sich auf den großen kampf bezieht bevor er dann auch noch für die sünder gestorben ist hier geht es um viel mehr als einfach nur unsere errettung unsere errettung könnte man sagen ist fast ein neben produkt von dem eigentlichen kampf der im universum tobt und der auch gelöst werden muss und um jetzt zu wie der große kampf zu ende geht und was das alles beinhaltet müssen wir den beginn des großen kampfes verstehen und die die fragen die wir uns erstellen müssen ist was war satans ziel und absicht überhaupt am beginn des großen kampfes und wie wollte er dieses ziel erreichen und bis zu welchem ausmaß konnte er sogar gewisse sympathien der ungefallenen engel gewinnen und damit sicherlich auch die auf erden gott nachfolgen das werden wir gleich lesen dass er das geschafft hat und welche aussicht auf erfolg hatte satan bei diesen bestrebungen was musste dann christus tun um satan bloß zu stellen und dessen pläne zu durch kreuzen und was musste er tun um wieder vollstes vertrauen in gottes wege herzustellen so dass die menschen wirklich gott vertrauen in allen dingen und in wie weit war christus erfolgreich darin als er ans kreuz ging also was wir herausfinden wollen ist was ist die ursache für den großen kampf denn was auch immer die ursache für den großen kampf am anfang war muss am ende ja beseitigt sein damit der große kampf beendet werden kann und da lesen wir mal hier jetzt aus dem leben jesu aus dem ersten kapitel wo sie das sehr schön beschreibt dort werden wir nicht finden was die ursache für den großen kampf war weshalb überhaupt gestartet ist sie schreibt hier die sünde entsprang der selbst zucht lucifer der schirmende cherub wollte der erste im himmel sein er trachtete danach die himmlischen wesen zu beherrschen für sich zu gewinnen deshalb stellte er gott falsch dar und schrieb ihm den wunsch nach selbsterhöhung zu die eigenen üblen wesens züge versuchte er dem liebevollen schöpfer anzudichten so täuschte er engel und menschen er verleitete sie an gottes wort zweifeln und seiner güte zu misstrauen weil gott ein gott der gerechtigkeit und furchterregender hoheit ist veranlasste satan sie ihn für hartherzig und unversöhnlich zu halten dadurch verführte er die menschen sich seine rebellion gegen gott anzuschließen eine nacht der leiden brach damit über unsere erde herein die welt wurde verfinstert warum weil gott missverstanden wurde also diese verfinsterung der welt was sie hier die nacht der leiden meint wegen dieser rebellion gegen gott was was ist die ursache ein missverstehen von gottes charakter denn erst als satan es geschafft hatte gott in einem falschen licht darzustellen und die die wesen im universum über ihn zu täuschen hatten die wesen irgendwann so eine falsche vorstellung über gott dass sie überhaupt den grund hatten gegen ihn zu rebellieren denn solange sie gott wirklich erkennen wie er wirklich ist gibt es keinen grund gegen gott zu rebellieren erst das missverständnis über ihn bringt uns dazu gegen ihn zu rebellieren es heißt hier damit die dunklen schatten erhellt und die schöpfung zu gott zurückgeführt würde musste satans trügerische macht vernichtet werden das aber konnte nicht durch gewalt anwendung geschehen gewalt ausübung steht den grundsätzen der herrschaft gottes entgegen er erwartet lediglich einen dienst aus liebe sie aber kann man weder befehlen noch durch macht einsatz oder amtsgewalt erzwingen nur liebe erzeugt gegen liebe gotterkennen heißt in lieben und jetzt kommt der gegensatz seines charakters zu dem charakter satans musste deshalb geoffenbart werden nur einer im ganzen universum konnte dies tun nämlich wie sie dann schreibt jesus christus die sonne der gerechtigkeit also um wieder ein richtiges verständnis über gottes charakter zu bekommen so dass er nicht mehr missverstanden wird musste der kontrast zwischen satans charakter und gottes charakter sehr deutlich werden und das war am anfang nicht der fall vom großen kampf sie schreibt ihren patriarchen und propheten dass als diese ersten zweifel begannen in luzifer hat welche stellung christus hat dass er der sohn gottes ist ja und das heißt hier ehe der große streit begann sollten alle eine klare vorstellung von dem willen gottes haben und dann wird hier beschrieben wie der könig des universums alle himmlischen herrscher vor sich versammelt und ihnen erklärt was die stellung seines sohnes ist nämlich dass er den thron mit ihm teilt aber diese klarstellung von gott hat offensichtlich nicht gereicht es musste demonstriert werden und da sehen wir dass oft gottes wort nicht reicht die dinge müssen sich entwickeln sodass wir sie wirklich erfahren und sehen und das ist auch beim großen kampf so das heißt dann später hier in patriarchen und propheten gott ließ satan sein werk fortführen bis sich der geist der unzufriedenheit zu offener rebellion auswuchs diese pläne mussten sich voll entwickeln damit alle deren wahre natur und eigentlichen zweck sehen springen wir runter zum fettgedruckten alles was er tat war derart mit geheimnis umgeben dass es für die engel schwer war das eigentliche wesen seines wirkens zu durchschauen ehe es nicht voll ausgereift war konnte gott es nicht als das böse das es war in erscheinung treten lassen man würde satans unzufriedenheit gar nicht als rebellionen verstehen sogar die treuen engel konnten seinen charakter nicht recht durchschauen und erkennen wohin dies alles führte also wir wissen dass er ein drittel der engel verführt hat und sie sind mit ihm in die rebellion eingestiegen aber selbst die treuen engel haben satan nicht ganz durchschaut und haben ihm sozusagen einen vorschub gegeben haben gesagt okay vielleicht hat er einen punkt wir schauen mal und gott musste die ganze sache sich entwickeln lassen und selbst die engel die treu geblieben sind die gesagt haben nein wir bleiben bei gott wir machen nicht mit bei der rebellion sie hatten trotzdem keine klare sicht darüber was satan da treibt so täuschend hat er das gemacht und und jetzt kommen wir zu der beantwort der Frage warum christus eigentlich erst nach 4000 jahren kam um den preis der Erlösung zu zahlen also um das noch mal kurz an der tafel zu zeigen die abstände hier sind nicht proportional also zum teilen sehr große abstände ich habe das mal hier beschrieben wir haben hier die rebellion im himmel was wir gerade gelesen haben über satan wir wissen nicht wie viel zeit vergangen ist aber auf der erde kam dann der sündenfall adam und eva sind in sünde gefallen und theoretisch hätte christus ja sofort kommen können und den preis für die sünde bezahlen können er sofort machen können er hätte es auch nach zehn tagen oder zehn jahren oder nach tausend jahren machen können aber er hat es nach 4000 jahren gemacht warum gerade nach 4000 jahren also zwischen dem sündenfall und dem kreuz waren ungefähr 4000 jahre warum er hätte jederzeit dieses opfer bringen können ja muss ich so was sagen genau und das werden wir jetzt lesen ist vollkommen recht es hat mit dem großen kampf zu tun mit genau dem was wir gelesen haben dass Gott sich die Sünde bis zu einem gewissen Punkt entwickeln lassen muss weil erst dann im Kontrast dazu Gottes Charakter so hervorscheinen kann dass es den gewünschten Effekt erzielt also sie schreibt hier vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck das sagt auch die Bibel in Galater 4 Vers 4 über das Kommen Jesu in Galater 4 und dort Vers 4 da heißt es als aber die Zeit erfüllt war sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan da seht ihr da muss eine Zeit erfüllt werden ehe er gesandt wurde wir wissen dass natürlich auch dass Daniel eine Prophezeiung gegeben hat in Daniel 9 wann der Messias kommen würde nach diesen 70 Jahr Wochen in der letzten Woche Ja aber warum diese Zeit dass erst dann der Messias kommen kann wenn die Zeit erfüllt ist was genau muss da erfüllt werden und darüber kommentiert sie hier im Leben Jesu Wir werden es nicht alles lesen ich werde zusammenfassen aber sie spricht hier davon dass der Betrug der Sünde seinen Höhepunkt erreicht hat ja und dann schreibt sie was die Sünde innerhalb dieser 4000 Jahre mittlerweile angerichtet hat ja wie die Menschen psychisch total zerstört sind wie ihre körper krank sind wie sie von Dämonen besessen sind also wo die Sünde jetzt so ein Werk verrichtet ja wie Ellen White sagt die ganze Erde ist ein Lazarett eigentlich nur noch mit Kranken übersät und sie schreibt dann im nächsten Abschnitt die Rebellion wieder Gott war tief in den Herzen verwurzelt man hat das eben Bild Gottes überhaupt nicht mehr gesehen in den Menschen sie waren ein Ausdruck der Rebellion gegen Gott sie schreibt das hier sehr plastisch wie weit es gekommen ist nach diesen 4000 Jahren gefallenen Welten erwartet dass sich der Herr aufmachen und die Bewohner der Erde hinweg raffen würde sie haben gesagt was die Sünde angerichtet hat das ist einfach nur ein einziges Chaos das ist so schlimm Gott muss ein Ende damit machen und sie hätten wahrscheinlich gedacht das ist barmherzig von Gott wenn er das tut mach Schluss damit aber was hat er er getan er kommt selber in diese Welt nimmt einen Körper an der unter dieser Sünde leidet und heilt die Menschen geht rum und sein Hauptwerk ist durch dieses Lazarett zu gehen und zu heilen zu heilen zu heilen und die Menschen zu segeln und alles zu tun um sie zu retten ja das schreibt sie hier aber statt die Welt zu vernichten sandte Gott seinen Sohn sie zu retten und dann zitiert sie hier unten diesen das hat Christus getan als er auf die Erde kam und er konnte erst nach 4000 Jahren kommen weil dann erst diese Demonstration von Gottes Herrlichkeit und seinem Charakter den nötigen Effekt erzielt denn ist es erst wenn die Sünde in ihrem schlimmsten Zustand erscheint dass die Gerechtigkeit Gottes am hellsten strahlen kann jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Kapitel im Leben Jesu über das was Jesus am Kreuz vollbracht hat denn jetzt greift sie das auf was Jesus hier vollbringt eigentlich wenn die Zeit erfüllt ist und sie schreibt hier weiter für die enge und die nicht gefallenen Welten war Jesu Ruf es ist vollbracht von tiefer Bedeutung das Erlösungswerk war für sie genauso vollbracht worden wie für uns ihnen wie uns kommen die Früchte des sieges Christen zugute jetzt frage wenn sie schreibt dass selbst die ungefallenen engel und die ungefallenen Welten am Erlösungswerk teilhaben dass es für sie genauso vollbracht worden ist wie für uns wie kann das sein wenn doch nur wir Sünder sind die Vergebung brauchen wo wir unsere Sünden ins Heiligtum sind weil wir gegen Gott rebelliert haben und ein neues Leben brauchen das ist doch das Erlösungswerk oder dass Gott uns ein neues Leben gibt bei unser altes verwirkt ist aber aber das trifft doch nicht auf die ungefallenen Engel zu sie brauchen doch keinen Erlöser warum ist dann das Erlösungswerk genauso für sie vollbracht worden wie für uns in wie fern kommen auch ihnen die Früchte des Sieges Christi zugute und allein wenn wir darüber nachdenken sehen wir schon dass das Erlösungswerk mehr beinhaltet als einfach nur unsere Erlösung von der Sünde der ganze große Kampf ist damit eingeschlossen und Gott muss hier ein Problem lösen in diesem Universum was weit über unsere einfache Erlösung hinaus geht es geht darum Gottes Charakter wieder richtig darzustellen so dass selbst für die ungefallenen Welten dort ein Werk vollbracht wird was unbedingt notwendig ist um wieder absoluten Frieden und Harmonie im Universum herzustellen es heißt hier weiter erst beim Tode Christi wurde den Engeln und allen nicht gefallenen Welten der wahre Charakter Satans völlig offenbar den nicht gefallenen Engeln bis dahin war ihnen der Charakter Satans nicht völlig offenbar der Erzfeind hatte sich so geschickt verstellt dass selbst heilige Wesen weder seine Prinzipien verstanden noch die Natur seiner Rebellion klar erkannt hatten und jetzt wir springen ein bisschen weiter in dem Kapitel kommt sie zu dem Punkt wo Jesus ans Kreuz geht es heißt satanische Kräfte verbanden sich mit bösen Menschen und veranlassten das Volk zu glauben dass Christus der größte unter den Sündern und verachtenswert sei jene 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 den herren am kreuz verspotteten wurden vom Geiste des ersten großen Rebellen beeinflusst er ließ sie gemeine und widerliche reden führen und bestärkte sie in ihren hohen reden doch bei alledem erreichte satan nichts hätte an Christus ein Unrecht gefunden werden können hätte er auch nur im geringsten dem Versucher nachgegeben und den schrecklichen Qualen zu entgehen dann würde der feind gottes und der menschen triumphiert haben also alles stand auf dem spiel das schicksal der welt schwebte in der waage wie ellenwald sagt und satan hätte den großen kampf gewonnen hätte er dort ihn zu fall bringen können es heißt dann hätte der feind gottes und der menschen triumphiert hätte den sieg bekommen aber Christus hat stand gehalten und dann zitiert sie offenbarung 12 vers 10 wo es heißt ich hörte eine große stimme die sprach im himmel nun ist das heil und die kraft und das reich unseres gottes geworden und die macht seines christus weil der verkläger unserer brüder hinabgestürzt wurde der sie verklagte tag und nacht vor unserem gott das heißt erst am kreuz erfüllt sich das was wir in offenbarung 12 lesen ich gehe mal kurz zu offenbarung 12 um den kontext da zu sehen denn in offenbarung 12 wird der große kampf beschrieben in offenbarung 12 ab vers 1 sehen wir die gemeinde die frau durch die zeitalter hindurch und sie bringt jetzt den gottessohn hervor das kind das geboren wird in vers 5 heißt es und sie gebar einen Sohn einen männlichen der alle heidenvölker mit eisernem stab weiden wird und ihr kind wurde entrückt zu gott und seinem thron also hier wird uns kurz ein ein blitz nicht gegeben auf das leben christi er ist in die welt gekommen hat dort sein leben gelebt und wurde entrückt zu gottes thron und dann ab vers 7 sehen wir den großen kampf im himmel denn alle diese dinge hängen miteinander zusammen wir sehen den kampf im himmel zwischen michael und dem drachen und dann heißt es in vers 9 und so wurde der große drachen niedergeworfen die alte schlange genannt der teufel und der satan der den ganzen erdkreis verführt der punkt ist dass er dann hinabgeworfen wurde als christus auf die erde kam denn bis dahin hatte satan noch zugang zum himmel und er konnte dort mit den engeln argumentieren weil er hatte noch sozusagen ja er hatte noch den vorteil dass die engel sein werk nicht ganz durchschaut hatten und so haben die engel ihm noch zugehört aber als christus kam und die fülle der zeiten erfüllt war und er als gottes charakter so deutlich präsentiert hat dann war es für die himmlischen welten klar und deswegen heißt es im zusammenhang mit christi leben hier in vers 10 und ich hörte eine laute stimme im himmel sagen nun ist gekommen das heil und die macht und das reich uns des gottes und die herrschaft seines christus denn jetzt infolge dessen was der sie vor unserem gott verklagte tag und nacht in vers 12 heißt es dann darum seid fröhlich wer ihr himmel weil bis dahin war noch ein großes problem im himmel das nicht geklärt war und es war erst geklärt durch das leben christi auf erden und deswegen sind die im himmel jetzt schon mal froh aber was ist mit den auf erden das heißt wehe denen die auf der Erde wohnen und auf dem Meer denn der Teufel ist zu euch herab gekommen und hat einen großen Zorn der erweist dass er wenig Zeit hat und jetzt lesen wir mal weiter hier im Leben Jesu das war Vers 12 und wir lesen jetzt hier weiter im Leben Jesu Seite 762 Punkt 3 nachdem sie Offenbarung 12 Vers 10 zitiert hat sagt sie Satan erkannte dass ihm seine Maske abgerissen war seine Handlungsweise wurde vor dem nicht gefallenen Engel und dem ganzen Himmel offenbar er hatte sich selbst als Mörder zu erkennen gegeben indem er das Blut des Sohnes Gottes vergoss begab er sich aller Sympathien der himmlischen Wesen fortan war sein Wirken beschränkt welche Haltung er auch immer einnehmen würde er konnte nicht mehr auf die Engel warten wenn sie von den Himmlischen Höfen kamen um vor ihnen Christi Brüder zu verklagen dass sie mit unreinen Sünden befleckten Kleidern angetan seien das letzte Band der Zuneigung zwischen der himmlischen Welt und Satan war zerrissen die letzte Verbindung der Sympathie oder der Zuneigung wurde erst am Kreuz zwischen den ungefallenen Engeln und Satan zerrissen das bedeutet dass bis zum Kreuz und überlegt euch das mal 4000 Jahre lang nach dem Sündenfall die ganze Zeit gab es noch eine Zuneigung ein Band der Zuneigung zwischen den treuen Engeln und allen ungefallenen Wesen Universum zu Satan das ist was sie hier schreibt und erst mit dem Kreuz wurde das vollständig gekappt und jetzt war für den Himmel schon mal klar dass Satan wirklich auf der falschen Seite ist und Gott wirklich recht hat und was sie angeht ist die Frage geklärt aber der Punkt ist es ist zwar für den Himmel geklärt aber für uns auf Erde noch nicht und das schreibt sie jetzt das ist der Grund weshalb wir immer noch hier sind obwohl Christus das doch verbracht hat am Kreuz sie sagt dennoch wurde Satan damals am Kreuz nicht vernichtet die Engel verstanden selbst zu jenem Zeitpunkt noch nicht alles was der große Kampf enthielt die Grundsätze die auf dem Spiel standen sollten noch völliger offenbart werden und um der Menschen willen musste Satans Existenz erhalten bleiben der Mensch musste so wie die Engel den großen Gegensatz zwischen dem Fürsten des Lichts und dem Fürsten der Finsternis erkennen und sich entscheiden wem er dienen will genau das was für die Engel hier vollbracht wurde wo Jesus bereits vor seinem Tod gesagt hat es ist vollbracht ist dass Gottes Charakter so klar im Gegensatz zu Satans Charakter dargestellt wurde dass jetzt für die himmlischen Bewohner kein Zweifel mehr darüber war wer im großen Kampf Recht hat und dieses Werk hat Christus vollbracht indem er in dieser Anfechtung in dieser Versuchung standhaft geblieben ist und seine Reinheit vor Gott bewahrt hat und Gottes Charakter demonstriert hat in der dunkelsten Stunde aber das ist nur für den Himmel vollbracht worden und es war sein Werk als Erstlings Frucht die Tatsache dass er dann wieder auferstehen konnte als Erstlings Frucht war wegen dem was er hier vollbracht hat und die 144.000 sind diejenigen die dieses Werk genau hier vollbringen hier ist die Evangeliums vollkündigung vollbracht aber hier muss noch ein Werk geschehen und jetzt muss nämlich das was hier für den Himmel getan wurde auch für die komplette Erde getan werden für die Welt in der wir leben und es ist wieder die Erstlings Frucht die genau dieselbe Aufgabe hat aber diesmal ist es natürlich wieder Christus aber jetzt ist es Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit es ist Christus so sehr in seinem Volk dass in dieser dunkelsten Stunde einer Trübsal wie sie nie über die Welt gekommen ist wo die Sünde einen solchen Höhepunkt erreicht haben wird dass jetzt der Charakter Gottes in den 144.000 die die Erstlings Frucht sind so hindurch scheinen kann dass selbst für die Bewohner auf der Erde für alle auch für die die hier nicht bekehrt worden sind dass selbst für die es zu einem Punkt kommt wo sie anerkennen müssen Gott hat recht obwohl sie sich nicht mehr bekehren werden sich alle Knie beugen und sie werden sagen Gott hat recht und Gott muss sozusagen das in dieser Zeit noch vollbringen bevor er kommen kann das ist ein Aspekt weshalb er das mit ihm macht ja was genau nein im Himmel ja also als er in den Himmel gekommen ist haben alle sich vor ihm nieder gekniet sowieso weil er Gott ist und haben ihm die Ehre gegeben haben das Opfer bestätigt er ist in die himmlischen Tore eingezogen er hat 24 ist das er kommt in die himmlischen Tore und alle preisen ihn und fallen vor ihm nieder ja das ist im Himmel hier geschehen und hier geschieht es aber auf der Erde und das interessante ist selbst mit den Menschen die sich nicht bekehrt haben werden zu dem Punkt gebracht wo auch sie anerkennen Gott hat recht denn Gott würde nicht kommen wenn diese Rebellion auf der Erde gegen ihn nicht gebrochen wird denn erinnert euch seine Prinzipien um den großen Kampf zu gewinnen ist keine Gewalt Anwendung seine Prinzipien sind allein Liebe allein eine Demonstration seines Charakters der Liebe soll den großen Kampf gewinnen und das tut er hier und er wird es zu dem Punkt bringen wo alle Menschen auf der Erde das anerkennen werden und wenn dieser Punkt erreicht ist dann kann er kommen aber damit dieser Punkt erreicht werden kann müssen die 144.000 durch diese letzte Trübsal gehen die sie so sehr reinigt dass sie zu diesem Punkt kommen wo sie Gottes Charakter so sehr durch sich hindurch strahlen lassen können dass diese Offenbarung seines Charakters bis zu dem Punkt stattfinden kann wo selbst die unbekehrten Menschen sehen dass Gott im Recht ist und dass sie wirklich die Heiligen Gottes sind und wirklich davon überführt sind und es auch zu und jetzt verstehen wir diese Zitate damit schließen wir jetzt ab wenn wir nochmal dahin zurückkehren wo sie gesagt hat dass die Zeit der Trübsal der Schmelztiege ist der Christus ähnliche Charaktere hervorbringt und dass diese Zeit der Trübsal das was sie das für sie tut was nichts anderes tun könnte nämlich Satan völlig aus ihrer Zuneigung zu entwurzeln und diese Zuneigung ist im Prinzip genau das was selbst die ungefallenen Engel hatten denn auch sie hatten eine Zuneigung zu Satan 4000 Jahre bis zum Kreuz aber da geht es nicht um Sünde das sehen wir hier bei dieser Zuneigung ist erstens bei den Engeln keine Sünde gewesen und sie kann auch bei den 144.000 hier keine Sünde sein denn die Zeit für Sünden Vergebung ist abgeschlossen es ist einfach noch etwas tieferes wovon Gott uns reinigt was mit dem großen Kampf zu tun hat und damit sein Charakter so sehr hervorzubringen dass eben der große Kampf abgeschlossen werden kann und auch hier sehen wir dass genau wie bei Christus alles auf einer Waagschale steht das heißt über die Zeit der Trübsal im Fett gedruckten aber die kleine Schar nämlich die 144.000 die die Gebote Gottes hält widersteht seiner Oberherrschaft könnte er diese von der Erde vertilgen so würde sein Sieg vollkommen sein nun die 144.000 sind ja geschützt richtig durch das Siege Gottes ich mal vorstellen ja selbst 2000 Jahre nach dem Kreuz wo der Sieg von Christus errungen war ist es jetzt von den 144.000 abhängig dass der große Kampf verendet wird und wenn sie fallen würden würde Satan immer noch den Sieg bekommen und darauf spekuliert er darauf arbeitet er hin denn er hofft natürlich darauf dass er das schaffen wird Gott hat es vorher gesagt er hat auch vorher gesagt dass Christus kommen wird und den Sieg erlangen wird trotzdem war es für Christus als er in der Situation war so dass er den freien Willen hätte und es auch nicht hätte machen können er hätte fallen können die Möglichkeit ist da und so ist es auch bei den 144.000 sie werden nicht auf wundersame Weise übernatürlich vom Sündigen abgehalten sie könnten aber natürlich wissen wir sie werden nicht und das ist auch ein wichtiger Aspekt den wir uns in den nächsten Studien ansehen werden warum Gott das überhaupt so macht warum sagt Gott vorher also am Ende der Gnadenzeit diese Gruppe der 144.000 wird jetzt nicht mehr sündigen das sagt er praktisch damit ihre Fälle sind entschieden sie sind gerecht sie kommen in den Himmel diese Menschen hier werden jetzt in der größten Stunde der Versuchung nicht sündigen und über alle diejenigen über die er sagt wird es auch so sein die Frage warum macht er das das werden wir uns auch die nächsten Male noch anschauen okay also zusammengefasst ist das Werk der Erstlingsfrucht das dass sie präsentiert werden müssen und wenn sie nicht präsentiert werden kann die Ernte nicht eingefahren werden und die Frucht die Erstlingsfrucht beschreibt ihre Charaktervervollkommen den reifen Charakter den sie haben der jetzt zuerst präsentiert werden muss bevor die Auferstehung stattfinden kann und das ist ein wichtiges Werk der 144.000 werden sehen dass es noch mehr beinhaltet aber da sehen wir dass wir hier auf Erden zu einem bestimmten Werk berufen sind das darüber hinausgeht Menschen das Evangelium zu bringen ja das ist die Grundlage von allem und total essentiell aber es geht noch darüber hinaus wir sind dazu aufgerufen daran teilzuhaben dass der große Kampf beendet wird und natürlich ist Gott derjenige der das macht durch uns wir können das nicht in unserer eigenen Kraft aber was wir können ist uns so sehr Gott hingeben dass er dieses Reinigungswerk in uns tun kann dass wir so sehr diesen heiligen Wandel haben mit dem Gedanken es geht hier um den Abschluss des großen Kampfes es geht hier darum dass die Gerechten die im Staub der Erde schlafen darauf warten aufzuerstehen und es ist davon abhängig dass Gott endlich ein Volk hat das die Aufgabe annimmt so sehr sich von Gott umformeln zu lassen in sein Ebenbild dass die letzten Ereignisse stattfinden können dass sie den Spätregen erhalten können und dass sie in dieser letzten Stunde der Versuchung bestehen können und Gott offenbart uns diese Dinge im großen Kampf und in der Bibel und all diesen Schriften damit wir diese Dinge nutzen um uns genau darauf vorzubereiten denn wir sind am Ende der Zeit und es ist soweit und wir müssen uns daran begeben wirklich diesen heiligen Wandel aufzunehmen nicht für uns um irgendwie besser zu sein sondern dafür dass dieser große Kampf und dieses Leiden endlich ein Ende hat denn wenn wir es für andere tun dann haben wir die richtige Motivation und nicht wenn wir es für uns selbst tun dann leben wir wirklich diese selbst opferungsvolle Liebe von Gott aus das ist ja der Charakter wem und und ich denke dann bekommen wir einen wunderbaren Blick auf die 144.000 ja wir sollen danach streben da dabei zu sein aber nicht weil wir diese tolle hohe Stellung haben wollen sondern weil wir wollen dass Christus erhöht wird dass er der Welt dargestellt wird und dass dieser Kampf ein Ende finden kann also lasst uns zum Abschluss noch ein Gebet sprechen unser himmlischer Vater wir wollen dir so sehr danken dass du wirklich diesen großen Kampf zu Ende bringen wirst du hast den Sieg erstritten am Kreuz und der ganze Himmel freut sich aber wir sind immer noch hier und stecken in diesem Kampf und wir sehen uns danach nach Hause zu gehen und bei dir zu sein in Frieden in Harmonie in Ewigkeit und so lass uns dieses Ziel nie aus den Augen verlieren lass uns in diesen Reinigungsprozess diesen besonderen Reinigungsprozess einsteigen dass wir so sehr von dir geformt werden können dass wir die Erstlingsbrucht sein können dass wir den Menschen deinen Charakter darstellen dass das auch abschließen wirst und wir danken dir um Segen für alle Zuhörer die sich das angeschaut haben mögest du sie auch führen in ihrem Studium und mögest du uns auch wieder zusammen führen nach deinem Willen das bitten und danken wir in Jesu Namen Amen Amen Vielen Dank.